Auf jeden Fall ist es so, das ist auch ein ständiges sich anpassen an das, was so drumherum funktioniert. Und ich bin aber, hab natürlich auch immer mal wieder Schiss. Also vor allem, bevor der Laden aufging, hab ich, glaube ich, eine Woche nicht geschlafen, weil ich immer nur gedacht hab, was machst du hier eigentlich? Ja, also du hast doch gar keine Ahnung davon. Wenn keiner kommt. Ja genau, was machst du, wenn keiner kommt? Was machst du, wenn keiner kommt? Moin Moin Hamburg! Anatole Kotte und Oliver Heinemann. Unsere Gäste in dieser Folge vom Podcast vom Hamburger, zu der ich euch herzlich willkommen heiße. Der Hamburger, das ist das großformatige Coffee-Table-Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stellerhaus nur einen Steinwurf von der Elbe entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt besonders machen. LeidenschaftstäterInnen, Charakterköpfe, Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Genau diese Menschen lernt ihr in diesem Podcast kennen. Lasst euch inspirieren und erlebt diese Stadt aus einem anderen Blickwinkel heraus. Es gibt immer wieder Neues zu entdecken, das kann ich euch versprechen. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg und ich habe die große Freude euch für die kommende knappe Stunde aus eurem Alltag zu entführen. In dieser Folge haben wir gleich zwei Gäste an Bord. Den Fotografen, Künstler und Galeristen Anatol Kotte und den Architekturfotografen Oliver Heinemann. Früher war Oliver Anatols Assistent, damals als sie die neuesten Schlitten an den aufregendsten Orten der Welt fotografiert haben. Dann trennten sie ihre Wege, sie blieben aber Freunde, bis sie 2021 Geschäftspartner wurden. In der Kaiser Wilhelmstraße haben sie mit dem Chrome ein Fachgeschäft für analoge Fotografie eröffnet. Und das Capitis, Anatols Galerie, die aufgrund der Pandemie von Berlin nach Hamburg gezogen ist, ist gleich nebenan. Hamburg, sagt Oliver, war schon immer eine Fotostadt. Jetzt soll sie um eine Fotoattraktion wachsen. Für beide ist das Unterfangen eine Zäsur. Ein bisschen wie ein Neuanfang. Eine Mischung aus Euphorie, Neugierde und ein wenig Angst. Vor dem, was kommt, begleitet ihn. Ich habe sie morgens vor Ladenöffnung in ihrer Bibliothek besucht. Bibliothek? Richtig gehört. Eine Bibliothek. Die beiden haben einige Pläne für diesen Ort. Die erzählen sie am besten selber. Ich bin Anatol. Ich bin Oliver. Und fange ich mal an, mich vorzustellen. Ich bin Zeit meines Lebens Fotograf gewesen. Habe die Ausbildung gemacht bei Anatol, der hier auch sitzt. Und habe sieben Jahre mit ihm gearbeitet. Danach zehn Jahre als Architekturfotograf. Und habe mich jetzt wieder mit Anatol zusammengetan, um hier eben diesen Ort aufzubauen mit verschiedenen Dingen, worauf wir noch zu sprechen kommen. Zusammen seid ihr nämlich das Chrome, genau. Anatol Kotte. Ja, ich bin auch Fotograf, immer noch. Und habe die Galerie mehr oder weniger hier, Capitis, in meiner Ägide. und habe die drei Jahre in Berlin gemacht und musste wegen Corona da schließen, letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Und bin mit der Galerie hierzu in Ollis Räume. Der hatte die Räume hier schon nach Hamburg gekommen. Und jetzt machen wir hier zusammen Chrome, Capitis. Und was da noch so kommt. Was da noch so kommt, darüber werden wir bestimmt sprechen. Ihr kennt euch ja schon eine Weile. Ihr seid ja eigentlich auch schon mal auf einer ganz anderen Ebene zusammengekommen. Das finde ich ganz spannend. Denn du, Oliver, hast ja eine ganze Zeit lang, nämlich sieben Jahre, als Assistent für Anatol gearbeitet. Ja, genau. Also das ist schon, war mir vorher auch nicht so klar. Das ist schon eine sehr intensive Beziehung, die man da eingeht. Weil man halt, also gerade mit dem, was Anatol damals gemacht hat, nämlich Werbeautofotografie in der ganzen Welt, war das einfach sehr, sehr intensiv, weil man immer nur zusammen unterwegs ist. Also überall immer nur miteinander abhängt, sich extrem eng abstimmen muss, damit man irgendwie gut zusammenarbeitet, sich nicht auf den Keks geht, sich gut abstimmt und irgendwie diese Zeit halt übersteht. Weil die ist halt so interessant, sie ist so gut bezahlt, sie auch war so anstrengend ist das auch. Und wenn man dann nicht miteinander funktioniert, dann knallt es irgendwann. Und das hat Gott sei Dank bei uns nie, ist nie passiert eigentlich. Nö. Nee, also da reicht dann schon manchmal, wenn einer so einen Tick hat und immer an der falschen Stelle macht oder mit der Augenbrauen zuckt, das kann dann nach 300 Tagen im Jahr 24 Stunden zusammen irgendwann mal überkippen. Ja, es ist einfach eine, also es war halt, die Rollen waren natürlich klar verteilt. Also Anatol war der Chef, wurde auch von allen immer nur Chef genannt. Und ja, aber das, nein, das ist schon, also schon wichtig, ne? Also ich, dass man sich da auch als Assistent dann nicht irgendwie dann auch noch sein eigenes Ego da mit reinbringt, ne? Weil es ist die Werbe, die Werbefotografie ist schon, funktioniert schon so, dass da der Fotograf, der ist, der alle Fäden in der Hand hat und da die Ansagen macht und auf denen alle vertrauen. Und das sind riesige Budgets, die zum Teil wirklich sechs-, siebenstellig sind. und wenn da nicht alle auf den Fotografen gucken können, was der für Ansagen macht, dann kriegt der Artdirektor, der Kunde, der kriegt, die werden dann nervös. So, das muss man halt die ganze Zeit auch immer suggerieren. Das heißt, wenn dann irgendwie Assistenten dabei sind, die anfangen irgendwie darüber zu reden, was sie alle auch noch für tolle Fotos machen, dann funktioniert das nicht. Also das ist dann, dann stört das so ein komplettes Gefüge, was halt durch diesen hohen Druck und diese Anspannung und diese Dauerarbeit, die da stattfindet, dann sonst so nicht funktioniert. Und das ist halt, alle denken immer, sie fahren auf Party. Dabei ist es halt letztendlich ein Job, der abgewickelt werden und möglichst gut und möglichst professionell. Und wie Olli gerade sagte, also die Fäden laufen beim Fotografen zusammen, der am Ende auch die Verantwortung hat. Also wenn irgendwas in die Hose geht, dann ist im Nachhinein, ist es nicht irgendwie jemand aus der Crew, sondern in der Regel immer der Fotograf. Einer muss den Kopf hinhalten. Einer muss den Kopf hinhalten, im Guten wie im Schlechten. Am Ende hält er auch die Fotos hoch und sagt, er hat sie gemacht, aber ohne die Hilfe der anderen wäre es auch nicht möglich. Also die Crew ist auch das, worauf du dich verlassen können musst. Der Producer ist wahnsinnig wichtig, der im Prinzip den Spagat zwischen Agentur und Kunde und dem Fotografen macht. und das sind alles Leute, auf die du dich total verlassen musst. Zudem müssen sie auch noch sympathisch sein, weil wie gesagt, man 300 Tage im Jahr unterwegs war und entweder im Flugzeug oder im Taxi oder im Leihwagen oder im Hotel oder im Restaurant oder im Labor oder sonst wo saß und zusammengearbeitet hat. Und wenn das nicht funktioniert, dann machst du auch keine guten Fotos. Wenn irgendjemand Mist macht in dieser Kette, dann kann das schon auch richtig Probleme bereiten. Dann seid ihr ja Jahre später wieder zusammengekommen und jetzt arbeitet ihr ja auf einer ganz anderen Augenhöhe eigentlich zusammen. Wer ist denn hier jetzt gerade der Chef in eurem Team und hält den Kopf hin? Ja, also einen Chef gibt es jetzt zwischen uns beiden nicht. Also wir sind einfach, wir sind hier gleichwertige Partner. Das ist natürlich... Wie bei der SPD so ein bisschen. Ja, bei den Grünen würde ich sagen. Doppelspitze. Wer ist der Scholz hier im Team? Wir sind die Doppelspitze, ja ich vielleicht, weil ich so wenig Haar habe. Aber die, ich habe einen Faden verloren von Herrn Scholz und seinen wenigen Haaren. Nein, also wir sind hier, natürlich ist es was anderes als vor zehn Jahren oder wann wir zusammengearbeitet haben, weil das ist natürlich jetzt hier auf Augenhöhe, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt, also wir haben uns ja auch zehn Jahre lang danach noch gekannt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt erst plötzlich als gleichwertig irgendwie herausfinden, sondern wir haben das natürlich hier gemacht, weil wir auch beide wussten, dass das, also ich habe vorher, bevor ich das hier gemacht habe, habe ich Erfahrung gemacht mit einer Partnerschaft, mit jemandem, der zwar auch wahnsinnig kreativ ist und ganz viel kann, aber halt, wo das menschlich überhaupt nicht funktioniert hat, also eine Partnerschaft und das ist, und das ist krachend gescheitert. Und dann war für mich eigentlich so dieses, ich wollte erst mal überhaupt gar nichts mehr mit irgendjemandem machen danach. Und also wie nach so einer gescheiterten Beziehung so ein bisschen. Und dann hat aber, wenn natürlich dann aber, Anatol ist dann ja hier sozusagen, als ich nicht genau wusste, was ich hier dann jetzt weitermache, war genau das, wo sich das bei Anatol abzeichnete, dass er wahrscheinlich in Berlin seine Galerie zumachen muss. Und dann war das so, ja komm, dann lass uns das zusammen machen. Und das war dann, fiel mir dann auch nicht schwer, so eine Entscheidung zu treffen, weil man halt einfach wusste, wer der andere ist. Und zwar kenne ich kaum jemanden so gut wie Anatol, auch wenn wir uns zehn Jahre lang nicht so intensiv gesehen haben wie davor. Aber das ist die Zeit davor, ist eben so extrem intensiv, dass man halt auch kaum, ja, dass man einem ziemlich offenen Buch gegenüber ist. Und das ist natürlich eine super Voraussetzung für eine Partnerschaft, weil egal, wie gut jemand in dem ist, was er hier macht, das Wichtigste auch in der Geschäftspartnerschaft ist einfach, dass man sich gegenseitig vertraut und einfach davon ausgeht, dass der andere einen nicht über den Tisch zieht. Und das ist so, wenn das gegeben ist, dann kriegt man alles andere hin. Ja, zumal bei so einem Projekt ja keiner weiß, ob es gut ausgeht. Also man muss, wir haben das halt gestartet ohne Erfahrungswerte. Also ich habe noch nie einen Laden gemacht oder mitgemacht. Ich hatte noch nie auch so eine Vision, dieses Analogding hier aufzuziehen mit Labor und ist ja auch sehr vielseitig, viel kompliziert auch, wie das alles ineinander greift. Von der Galerie hatte ich schon ein bisschen Erfahrung, aber die war auch anders in Berlin. Das war auch eine andere Fläche, ist eine andere Stadt, war eine andere Klientel, wenn du so willst. In Berlin ist es ein ganz anderer Auftrieb. Berlin hatte ich auch mein Studio und die Galerie war dabei und da war auch Gastro drin, die hatte ich aber untervermietet und so weiter. Also das war ein anderes Konstrukt. und das hier anzugehen, ohne zu wissen, da brauchst du halt auch jemanden, der sagt, nee, okay, komm, das machen wir jetzt und ich glaube da auch dran und sind ja bis jetzt auch ganz gut, ganz gut gefahren. Also ist ja jetzt keine… Halbes Jahr seid ihr am Start jetzt. Halbes Jahr, genau. Ja gut, aber hier also offen, ja, wir machen also hier einen bestimmten… Eigentlich haben wir ziemlich genau vor einem Jahr hier gestanden in den Räumen und gesagt, und ich war irgendwie, du meintest, du siehst aber schlecht aus, weil ich so ein bisschen verzweifelt war, weil ich nie wusste, was ich machen sollte hier und dann kam natürlich Corona und so alles auch noch dazu und dann hat sich das jetzt hierzu entwickelt. Ich dachte erst, ich habe den Zettel noch, den du mir damals gegeben hast, wo irgendwie draufsteht, Ladenschule, Galerie, Labor und ich habe nur gesagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank. Also das hier alles aufzuwenden, das kriegen wir auch nie, wie sollen wir das denn machen, auch noch während Corona und so. Und dann ist natürlich, also ich bin halt einfach auch immer mehr so ein bisschen der Zauderer, also was sowas angeht, Anatol eben überhaupt nicht und da gleichen wir uns ganz gut aus, dass ich immer mal wieder auch dann so die Schranken vorschicke, wo es vielleicht, wo Anatol ein bisschen über das Ziel hinaus schießt und auf der anderen Seite ist er aber auch, der dann sagt, nee komm, wir machen das jetzt, wo ich halt dann vielleicht Ich wollte hier noch ein Hotel machen und eine Tankstelle und einen Nachtclub. Also irgendwann kriegst du den Zettel gerahmt, ich denke bei mir noch immer mal wo. Würdet ihr euch als Freunde bezeichnen? Ja, klar. Ja, klar, logisch. Auf jeden Fall. Aber das war damals eigentlich auch schon so, dass wir dann irgendwann eigentlich, das war, also ich meine, als Olli angefangen hat, da war wirklich, hat er überhaupt keine Ahnung von gar nichts, war sich aber für nichts zu schade und das ist das Einzige eigentlich, was zählt. Also Hands-on bei so einem Job, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, ist die einzige Chance, die du hast. Ja, und zur rechten Zeit fragen und sich nicht, und wenn du es zweimal erklärt bekommen hast, dann solltest du es beim dritten Mal wissen und wenn dir das gegeben ist, also so fing es mal an und darüber hinaus war das dann irgendwann schon ein Zusammenarbeiten, was auch echt Spaß gemacht hat. und also wir haben wirklich, wirklich viel Freude gehabt, glaube ich. Wir haben sehr viel gelacht und hatten wirklich, waren auch irgendwie eine Einheit in dem ganzen Gefüge immer, würde ich sagen. Ja, man ist so das, man ist so die bisschen, das Auge vom Sturm, wo halt immer das, um die Kamera herum, es ist manchmal wirklich auch wörtlich gedacht, also dass man um die Kamera herum Absperrungen macht, damit nicht 100 Leute von der Crew ständig irgendwas fragen, sondern dass es da ist in einem so einen Raum, der Ruhe ist und da muss man halt dann irgendwie sich genau irgendwie abstimmen da drin. So ein Beispiel ist, du machst halt so einen Job, sag ich mal, das ganze Budget ist eine Million und dann kommt eine Stylistin und fragt sich, ob du die blauen oder die roten Socken haben willst und du stehst so dermaßen unter Strom und hast gerade irgendwie hinten einen Sandsturm von links und was weiß ich, Gewitterwolken von rechts, keine Ahnung und dann kommt die mit so einer wirklich gravierenden Sockenfrage, also das ist, da war halt Olli auch cool, so einfach so, jetzt komm, weißt du, so ein bisschen wie beim Film der First AD, der einem den Rücken frei hätte und auch immer auch Ansprechpartner war, wir haben natürlich auch immer an der Kamera gestanden und auch wenn es ein Problem gab, war ja meistens Großbild, was wir fotografiert haben und selber entwickelt alles und wir konnten halt auch immer alles zusammen bequatschen, irgendwie wie es zu lösen ist. Ja, wir hatten eigentlich auch, also eigentlich war der Plan auch damals schon eine Partnerschaft einzugehen, dann irgendwann, also so eine Second Unit zu machen für Autofotografie, weil wir halt total drin waren einfach, also es war alles, wir mussten überhaupt nicht mehr, also jede Einstellung, die ich dann mal gemacht habe, war auch die, so wie Anatoly sie gemacht hätte, also es war wirklich dann irgendwann so total ähnlich, aber dann hat uns damals die Finanzkrise, hat uns da zwischengehagelt. Ja und das ganze System hatte sich so ein bisschen geändert, dann kam CGI im großen Stil und die, sag ich mal, die klassische Autoproduktion hat so dann immer weniger stattgefunden, wo du mit so einem riesen Tross Leute irgendwie in der Kamera alles gelöst hast und CGI haben wir auch relativ früh mitgemacht oder sogar fast mit den Ersten, die die Sphäron gekauft haben damals. Was ist CGI? Computer Generated Images, also das heißt, du hast das Auto gar nicht mehr, du kriegst die Daten von dem Auto und im Prinzip machst du einen Scan von der Landschaft und einen HDR-Aufnahmen von der Landschaft und da wird das Auto dann im Computer reingestellt. Verrückt. Hast du einen Stand-in-Karriere? Ja, das hat Vor- und Nachteile, weil du gerade, du produzierst neue Autos dann, wenn sie noch geheim sind. Also wir haben, ich weiß nicht, in San Francisco haben wir die Innenstadt abgesperrt, mit schwarzen Wänden und so weiter, damit die Leute das Auto nicht sehen, es war die neue S-Klasse, die stand dann mittendrin und keiner sollte sie sehen und jeder, der nur irgendwo ein Handy gezückt hat, der wurde von der Security von Mercedes fast vermöbelt, so ungefähr. Ja, ja, ja. Also und diesen Aufwand, ich weiß noch, bei Audi und so, also einen Aufwand, um diese Autos geheim zu halten. Und das war dann natürlich auf einmal weg, weil du hast irgendeine Möhre dahingestellt und hast dann das Auto, um das es eigentlich ging, hinterher drüber gerendert. Ja. Das war schon sehr angenehm, nur hat es das nicht unbedingt einfacher gemacht. Das denkt man, ne? Ja, es war nicht nur das CGI, würde ich sagen, es war schon auch das insgesamte Verlagern des endgültigen Bildes in die Postproduktion. Also vorher hast du alles am Set, da waren auch dann eben entsprechende Kunden, entsprechende Artdirektoren, Leute, die alle fit waren, die alle die entsprechenden Entscheidungen fällen konnten. Und das wurde dann immer mehr, ging das dahin, dass halt, ja, fotografier doch, mach doch, also soll ich, wenn man gefragt hat, irgendwie, ja, wie hättest du es gern, sollst du es so machen? War die Antwort immer, ja, mach doch beides. Ja. Immer. Und dann entscheiden wir halt hinterher. Und dadurch ist auch so ein bisschen die Entscheidungsgewalt darüber, wie das Bild denn nun am Ende sein soll, ist dem Fotografen da total abhanden. Ja, also der war eigentlich völlig egal. Und das hat sich dann auch in den Kosten niedergeschlagen und in, das hat sich alles verschoben. Ja. So, und die Gabe und die Kunst, sag ich mal, die ich mir über Jahrzehnte angeeignet hatte, die war eigentlich überhaupt nicht mehr gefragt. Du warst eigentlich nur noch jemand, der delegiert hat und am Ende warst du verantwortlich für die Druckunterlage. Es war überhaupt nicht mein Berufsbild, ja, eine Postproduktion zu begleiten bis zum Ende und für die Druckunterlage verantwortlich zu sein. und das ist einfach total vorbei an meinem Bild als Fotografen auch und so. Und dann war es so, sag ich mal, dass man unverhältnismäßig viel Geld für das gekriegt hat, was einem Spaß gemacht hat. Also ich bin da so reingeraten, ich habe ja mit Porträts angefangen und bin dann wie die Jungfrau zum Kind zur Autofotografie gekommen. Und das hat mir Spaß gemacht, weil es war einfach toll, irgendwo auf dem Berg zu sitzen morgens um drei und aufs erste Licht zu warten. Und wenn man nicht total bescheuert ist, dann kann man das relativ schnell lernen, wie ein Auto zu fotografieren ist. Man muss hauptsächlich nur darauf hören oder zwischen den Zeilen lesen, was so ein Kunde eigentlich will, und das dann mit der Brennweite sozusagen umsetzen. Das ist schnell gemacht. Also das ist... Ja, das ist vor allem, wenn du natürlich irgendwann auf dem Niveau so hoch bist, wo Alateu definitiv in der Zeit war, wo ich bei ihm war, da hast du dann auch nur fantastische Leute um dich herum. Also du hast einfach die besten, du hast dann noch tolle Beleuchter, du hast Carprepper, du hast die besten Leute, die Schnee machen, die besten Leute, die Regen machen. Also es ist einfach großartig mit diesen ganzen Leuten zusammenarbeiten, weil man auch noch, obwohl man selber so viel Spaß hat, auch noch irrsinnig viel lernt. Auch nicht nur von deren, du willst ja nicht lernen, wie ich Schnee mache, aber diese Professionalität, diese totale Professionalität und diese Spezialisierung, das ist das, was man da definitiv immer mitgenommen hat. Also was auch seine eigene Einstellung angeht. Die waren dann, ich weiß noch, wie wir ein Schneemotiv hatten in den Bergen, wo es eigentlich schon Frühling war und keinen Schnee geben sollte. Da waren halt die Snow-Business-Jungs irgendwie da und haben halt Schnee gemacht und waren halt natürlich in kurzen Hosen unterwegs und auf einmal kam halt ein Schneesturm. Kalifornien. Genau, und auf einmal kam halt ein echter Schneesturm und da war halt überall Schnee und dann meinte aber aus irgendeinem Grund der Kunde, ich möchte trotzdem noch mehr Schnee da und da haben. Also diese armen Jungs da in kurzen Hosen mit ihren Kunstschnee, im echten Schnee über so eine Brücke gelaufen. Ich weiß doch, wie Anna und ich saßen in dem Hero Car, also in dem das fotografiert wurde und haben uns angeguckt und haben gesagt, das kannst du, können wir unserer Oma nicht erzählen, was die hier machen. Das ist sowieso immer die Maxime gewesen. Kannst du das deiner Oma erklären, was du hier gerade machst? Das ist generell eine ganz gute Maxime, glaube ich. Nun habt ihr hier ja, um so ein bisschen wieder in die Gegenwart zurückzukommen, ist ja toll, dass ihr das erlebt noch habt, ne, so in eurem Job. Wer jetzt in diesen Job kommt, der erlebt ja ganz andere Umstände, kann ich mir vorstellen. Jetzt habt ihr hier natürlich einen Ort geschaffen, der wieder eine ganz andere Fotografie ja eigentlich zelebriert, nämlich die analoge. Im Laden, also in der Galerie nicht. Die Galerie, also das ist jetzt Zufall, dass Andreas Mühe alles analog fotografiert, aber die Galerie macht jetzt nicht nur analog. Die Schule wird es auch nicht machen. Also das ist tatsächlich der Laden, der das Bedürfnis da bedient, abdeckt. Genau, also das ist auch das Revival. Ganz gutes Stichwort, dass wir halt natürlich jetzt nicht nur uns zusammengesetzt haben und gesagt haben, worauf haben wir Lust, was wir machen wollen, sondern auch, was glauben wir denn, was hier auch funktioniert. Also nicht jetzt nur, es ist jetzt kein Liebhaberprojekt hier, wir machen das so irrsinnig gerne, aber wir glauben auch einfach daran, dass die analoge Fotografie, wie sie jetzt auch durch Corona nochmal einen ordentlichen Push bekommen hat, dass das jetzt hier der richtige Zeitpunkt war, um sowas in Hamburg zu machen. Also wir haben uns andere Städte angeguckt, da gab es das vielleicht schon ein bisschen länger, Berlin ist das beste Beispiel da. und also ich weiß nicht, ob ich in Berlin noch so einen Laden aufgemacht hätte, das wäre vielleicht einfach dann zu viel gewesen, es gibt schon drei und in Hamburg gab es das einfach gar nicht. Und dann haben wir auch noch ein Gespräch geführt mit einem der größten Lieferanten für analoge Fotoprodukte und der meinte auch, es kann doch nicht sein, dass ich irgendwie nach Berlin liefere, nach Frankfurt, nach München liefere, aber nicht in Hamburg, weil der ist hier in der Nähe. Und dann hat das uns auch nochmal so eine Bestätigung gegeben, das kann ja nicht sein, dass es in Hamburg diese Szene nicht gibt. Also weil Hamburg ist für mich immer eine Fotostadt gewesen. Also ich bin zurückgegangen aus Berlin, weil ich in Berlin kein, da gab es keine Fotografen, die irgendwie feste Assistenten hatten. Das gab es damals nicht. Und bei Hamburg war die Fotostadt. Und das, durch die ganzen Verlage und Agenturen hier, war einfach natürlich immer, ist ja immer so, dann siedeln sich alle hier an. Wir glauben halt auch dann an unsere Stadt. Ja, also ich bin auch gebürtiger Hamburger, Anatol ist jetzt zwar zugezogener, aber auch schon in seiner ganzen Weile. Ein Quittchen. Ich würde ihn jetzt mal auch als Hamburger bezeichnen. 92. Ja. Hamburgerchen. Ein kleiner Hamburger. Und das hat sich auch total bestätigt. Also weil das war richtig so, man hat so ein Aufatmen in der Szene hier plötzlich verspürt. Erst fing das an, als wir das so angeteasert haben, als wir anfingen, mit unserem Instagram-Kanal aufzumachen, wo halt noch gar nichts hier war. Da haben, sofort kamen die ganzen, wurde in den Foren, wurde, oh, in Hamburg entsteht was und auch die ganzen Lieferanten, die ich angeschrieben habe und hier, wir haben was vor und sie, oh, endlich in Hamburg, endlich in Hamburg. Also das hat sich schon bestätigt, dass diese Szene hier einfach ist und diese Leidenschaft für die analoge Fotografie hier genauso ist, wie in anderen Orten auch. Und auch hier durch Corona nochmal so einen richtigen Aufwind erfahren hat und jetzt erleben wir es jeden Tag eigentlich. Also wenn die Leute hier reinkommen, entweder sind es die alten Haudegen, die irgendwie drei Kameras um die Schulter haben und hier, die noch das eine Objektiv suchen und die plötzlich in diesem Laden stehen mit der alten Einrichtung und denken, oh, hier gehöre ich hin, also hier war ich. und die Jungen, die halt, für die das hier alles totale Magie ist, ja, also weil du hast diese Haptik in dem Laden, du hast die Haptik der Geräte, dann kennen wir uns auch noch aus, also wir sind auch noch Fotografen, wir sind jetzt keine Fachverkäufer, wir haben keine Fotofachverkaufsausbildung gemacht, aber wir sind halt Fotografen und wir können halt dir sagen, welche Kamera nicht nur gut ist, sondern auch am meisten Bock bringt, oder womit du halt, oder dass halt auch eine Kamera nicht immer das Wichtigste ist, also auch wenn wir Kameras verkaufen, man muss jetzt aufpassen, wie ich das formuliere, aber … Wichtig ist auch der Mensch, der sie anwendet, richtig? Ja, also wichtig ist, dass du das begründen kannst, warum du das machst, das ist für mich immer wichtig, also warum gehst du raus und fotografierst du und dann, wenn du das weißt, dann kannst du dir dann deine Ausrüstung dafür aussuchen, wenn du jetzt sagst mir, ich finde am tollsten Bilder, dieses so, was jetzt viele in den Mund nehmen, das war Street-Fotografie, das ist halt, dann brauchst du halt eine kleine Kamera, die leise ist, die möglichst nicht, die auch weitwinklig ist, womit du halt schnell, ohne groß Schärfe ziehen zu müssen, Aufnahmen machen kannst, dann gehst du damit am besten los, aber das musst du natürlich vorher erstmal rausfinden und viele haben so den Reflex, ich kaufe mir erstmal alles und dann gucke ich danach, was mir gefällt und das behindert einen auch oft, also wir wollen auch, dass die Leute hier mit einer gewissen Idee rauskommen, aus dem Laden, wie sie weitermachen, was sie als nächstes machen. Klingt nahezu psychologisch. Ja, so lange Zeit, wie sich Olli nimmt, da habe ich schon das Gefühl. Also manchmal steht er da, wirklich, ich gucke so um die Ecke, da steht jemand und dann gucke ich in einer Stunde nochmal, steht er immer noch da und Olli redet und er hat immer noch nichts gekauft. Redet der Kunde auch dann? Ja, na klar, wir hören auch zu. Nein, nein, also nein, das ist einfach wichtig, weil heute, weißt du, Einzelhandel wird ja immer wieder totgesagt. Also der Einzelhandel ist, der Onlinehandel ist alles und der Einzelhandel ist unwichtig und die Innenstädte sterben und keiner will mehr irgendwo sein. Ich finde, das liegt vor allem daran, dass du deine, die Orte, die es so gibt in der Innenstadt, dass die nicht mit emotionalem Inhalt gefüllt sind, sondern dass die halt einfach, das sind irgendwelche Läden. Ich war neulich wieder in einem großen Elektrofachhandel und da habe ich, bin ich halt einfach nur durch die reingegangen, um mal zu gucken, was die so alles anbieten an Fotogramms und es hat, die haben, es hat kein einziger einen auch nur angesprochen, auch nur angeguckt, sondern die, sie sind halt irgendwo dann in, stehen in der Kasse und, und, und reden miteinander, aber da ist halt, kommt keiner auf die Idee, dich mal zu fragen, warum du eigentlich hier bist. Ich wollte neulich ein paar Turnschuhe kaufen und, wirklich, Mönckebergstraße, also auch erste Sahneadresse und der Typ, also ich hab ihn zweimal gefragt und mitten im Gespräch geht er weg, also so, geht einfach weg, so weil ich ne Sekunde nochmal aufs Regal geguckt hab, welcher Schuh denn noch, zack, geht er weg, geht zurück zu seinem Kollegen und steht dann, hab ich irgendwann so, wirklich mal durch den Laden gesagt, sag mal, werd ich noch weiter beraten oder war es das? Ja, es ist wirklich, es ist, richtig versteckt hat er sich. Hilfe der Kunde kommt. Also ich finde es halt, wie gesagt, also bei uns sollen auch alle Leute hinkommen, die, weil ich glaub daran, wenn du den Leuten einen Ort bietest, wo sie sich, wo sie irgendwie nicht dazu, weder dazu gedrängt werden, jetzt unbedingt was kaufen zu müssen, natürlich müssen die Leute, was wir uns kaufen, das gibt's uns irgendwann nicht mehr, aber sie müssen halt das Gefühl haben, dass sie auch nur mit einer Frage zu uns kommen können. Das ist echt wichtig, also dass wir sie nicht, nur weil wir jetzt Fotografen sind, sagen, aha, du weißt nicht wie das und das funktioniert, das ist Blödsinn. Nein, es soll wirklich, auch wenn einer eine Kamera auf dem Flohmarkt gekauft hat und sagt, oh, hier geht was nicht, dann gucken wir uns die an. Wenn natürlich der Laden rappelvoll ist, dann müssen wir dem sagen, sorry, wir müssen erstmal kurz hier ein, zwei Leute bedienen, setz dich nochmal kurz hin, wir sind gleich bei dir. Also das kann man ja alles kommunizieren. Nur man, ich finde, man darf nicht einfach dieses, dieses Maximierung oder dieses alles, sondern es muss, es muss irgendwie mit, mit Leben gefüllt sein, so ein Laden. Und das liegt an dem Laden selber, wie der ausgestattet ist, natürlich auch an den Produkten, die wir verkaufen, das sind wahnsinnig schöne Produkte, deswegen ist es sehr einfach, darüber zu reden, aber auch die Leute, die da sind und den Kunden zuzugehen. Ja, genau. Ich würde die auch gar nicht so als Kunden sehen, also das sind so wirklich, das ist so eine, so eine, fast schon wie eine Glaubensgemeinschaft, die hier reinkommt. Wir sehen uns eigentlich als Teil deren Community. Ja. Also nicht so sehr, dass wir jetzt so die nur bedienen oder sowas, sondern dass, dass wir halt auch dazu beitragen, dass diese Community weiter wächst, dass neue Leute da reinkommen, dass man eben so einen Ort hat, wo man, wo sich diese Community weiterentwickelt. Das ist ganz oft auch, dass einfach dann plötzlich die Kunden miteinander anfangen. Total. Im Sommer, das war ganz toll. über irgendwas zu diskutieren. Die stehen draußen vom Laden, lernen sich kennen. Und das, wo noch die Baustelle hier vor ist, leider. Nun habt ihr beide ja auch eine riesige Sammlung an Kameras gehabt, bevor ihr hier diesen Laden aufgemacht habt. Ich glaube, ihr brauchtet diese Fläche auch, um eure eigene Sammlung irgendwo platzieren zu können. Nee, die Fläche ist nicht groß genug, oder? Nee, die ist nicht groß genug. Ich brauchte eine Entschuldigung bei meiner Frau, dass ich auf Ebay nach Kameras gucke. Nein, also wir haben eine große Sammlung gehabt. Das Lustige ist, dass Anatol den größten Teil seiner analogen Sammlung vor sieben Jahren oder sowas aus einem Anflug von Großreinemache irgendwie verkaufen wollte und hat das irgendwie auf Facebook gepostet und da habe ich ihn in Gang gerufen, du nimmst das sofort da runter. ich wollte das eigentlich, du wolltest es abstoßen. Ja, ich habe, das wird ja auch nicht besser, also wenn die Sachen nur rumliegen, wird auch nicht besser, das Zeug. Wissen wir auch, von vielen Leuten, die hier in den Laden reinkommen, das verharzt, oder klar, Batterien sollte man auf jeden Fall rausnehmen, aber das wird einfach nicht besser, das Leder, wenn es immer nur zusammengeklappt ist und nicht ausgezogen wird, etc. und das Belastete hat mich einfach auch belastet und da waren sehr schöne Sachen dabei und damals hatte ich schon auch so, das kann vielleicht wirklich jemand besser gebrauchen als ich jetzt gerade und ich hatte auch wirklich sehr viel, muss man sagen und auch seltene Sachen und so weiter und dann kam Molly und hat mir das alles abgekauft, jetzt kommt das alles wieder zurück zu mir. Nur alles, genau und jetzt steht es auf einmal wieder in der Vitrine, das ist wirklich schreck. Aber in der Vitrine und dieses kleine Minimuseum, da stehen auch wirklich sehr schöne Sachen, muss ich sagen. Was da alles mal produziert worden ist, das ist wirklich sehr spaßig. Ich weiß, dass für Oliver dieser Laden ja ein kleiner Wendepunkt ist, weil du dich ja damit so ein bisschen von dem, was du vorher gemacht hast, entfernst. Wie du schon sagst, du bist ja kein Einzelhändler eigentlich, sondern Fotograf mit Schwerpunkt Architektur. Genau. Ich habe, also diese Entscheidung, dass ich nicht mehr als Auftragsfotograf arbeiten möchte, die ist schon vorher gefallen, bevor es den Laden gab. Also deswegen hatte ich ja diesen Ort schon vorher und weil ich einfach, weiß ich nicht, ist das vielleicht so eine vorgezogene Midlife-Crisis oder sowas, also ich habe einfach überlegt, was will ich eigentlich noch machen so in meinem Leben. Ich bin zehn Jahre lang als Fotograf gearbeitet, war auch erfolgreich und alles, aber ich hatte das Gefühl, dass da jetzt nicht irgendwie noch wahnsinnige Steigerung ist in irgendwohin. du kannst dir nicht als die, also gerade in der Architekturfotografie gibt es kaum Möglichkeiten, dass man jetzt sowas, also man hat dann vielleicht irgendwann so eine Vision gehabt, dass man halt so eine Art Firma auch aufbaut mit Mitarbeitern, wo man mehrere Sachen bedienen kann, wo es nicht mehr alles immer nur von einem selber abhängt. Also wenn man selber halt nicht da hinter der Kamera steht, dann passiert nichts. Das war immer so das, was mich wahnsinnig gestört hat. Nicht, dass ich irgendwie zu Hause liegen will und das Geld zählen will, sondern dass man halt diese Teamarbeit, die hat mir gefehlt in der Architekturfotografie. Also das gab es wenig. Und dann habe ich halt gedacht, ich starte was, was eben mit diesem Ort, also mit einem Ort zu tun hat, um einen Ort aufzubauen. Ich kann ja ganz viele Sachen einbringen aus der Fotografie und sowas. Und das war vorher halt ein Projekt mit Licht und Lichtinstallation und Fotografie, was dann eben gescheitert ist. Und, aber dieses Verlangen, dass man nach so einem Ort, wo halt eine Begegnung oder sowas stattfindet, die war vorher schon da. Und das hat sich, war aber auch alles noch nicht richtig in dem ersten Anlauf. Das war alles, das hat alles noch nicht gepasst. Das war auch zu fremdgesteuert von anderen Leuten. Und dieses Projekt ist jetzt so, dass ich eigentlich diese Vision, die ich damals hatte, die ist jetzt durch den Laden und in der Galerie, die dazugekommen ist und dann später noch eine Schule, wird diese Vision, die ich vorher hatte, eigentlich jetzt realisiert. Also schon eine Station. Wie ist es für dich? Ich meine, das ist der Umzug von Berlin nach Hamburg. Du sagtest ja schon selber, Hamburg hat definitiv einen anderen Auftrieb als Berlin. Da würde ich voll mitgehen. Das ist eine komplett andere Stadt. Was bedeutet das für dich hier, Anatol? Naja gut, ich habe ja trotzdem in Hamburg gewohnt. Ich hatte in Berlin ja nur mein Studio da, die Galerie und eine kleine, kleine Einzimmerwohnung. Aber mein Schwerpunkt ist ja hier, meine Familie und so. Ja, also spannend sowieso. Also in Berlin war ich halt auch Einzelkämpfer. Ja, ich hatte zwar Leute, die mir da geholfen haben, aber am Ende war es auch wieder so, dass ich alle Entscheidungen, was den Laden da betraf, allein getroffen habe und bin da immer so mit so einem Bauchgrummeln auch weggefahren und ich weiß nicht, wie oft ich hin und her gefahren bin die Woche, Berlin, Hamburg, ob Bahn oder Auto oder, oder und immer mit so einem Grummeln wieder nach Hamburg gefahren und dachte so, hast du alles bedacht, hast du alles und so weiter. Das ist natürlich jetzt hier viel cooler. Also erstmal habe ich Olli, mit dem ich mich permanent irgendwie unterhalte über strategische Sachen, Entscheidungs-Sachen, die entweder die Galerie oder wir reden über den Laden oder wie es in der Schule weitergeht. Das macht einfach Freude. Das ist ein unheimlich, ja, gutes Gefühl, jemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann. Und was die Galerie betrifft, in Berlin war ich dann irgendwann ansatzweise so weit, dass ich dachte, jetzt habe ich es verstanden. Das fange ich jetzt hier wieder von vorne an. Das ist die erste Ausstellung und ich fand, die ist sehr gut angenommen worden. Wir hatten einen Artist Talk, das ist ein toller Künstler, Andreas Müer. Ihr habt die Latte da ziemlich hochgelegt für den Beginn, finde ich persönlich. War ein guter Start, wird auch spannend sein, wie es jetzt weitergeht, auch für uns. Aber ich fange jetzt hier wieder bei Null an, auch was die Kontakte betrifft und die Leute hierher zu bewegen und ein interessantes Programm zusammenzustellen. Aber es fühlt sich besser an, das nicht alles alleine machen zu müssen. Ja. Ihr habt jetzt öfter schon von der Schule gesprochen, nur für unsere ZuhörerInnen. Schule, das ist jetzt nichts für kleine Kinder, was ihr hier aufzieht, so eine Privatschule, sondern es richtet sich da schon auch an Fotografen, aber soweit ich mich erinnere, wirklich so eine How-To. Wie überleben als Fotograf? Ich sage mal, die Schule, der Begriff der Schule, das ist so unser interner Begriff, denn das ist die, sage ich mal, die lange Division, dass hier irgendwann tatsächlich eine Art Schule mit so einer Meisterklassengröße entsteht, irgendwie so zehn, zwölf Leute, mehr nicht, die halt spezialisiert halt hier auf Fotografie, auch nicht analoge Fotografie, aber das wird sicherlich ein Teil davon sein, machen können. Das ist aber noch ein bisschen hin. Ja, also wir fangen jetzt erstmal an, die Räume oben fertig zu machen, die jetzt noch einfach Chaos sind, Lagerraum sind für alles, was wir sonst noch so aufgebaut haben. Anfang des Jahres werden diese Räume fertig gemacht. Im Februar wollen wir anfangen, die ersten Workshops anzubieten und zwar zweigleisig. Also wir, ich weiß nicht, ob das schon im Februar passiert, aber grundsätzlich sollen die Workshops zweigleisig stattfinden, nämlich einmal für ambitionierte Amateure, da geht es dann eher um analoge Fotografie und einmal um Profis, äh, für Profis, da geht es dann mehr um, ja, Jobplanung, Kalkulation, Mappe, alles das, was so ein bisschen früher festangestellte Assistenten so mitgekriegt haben bei ihrem Job, was jetzt auch viel weniger stattfindet, weil, weil immer weniger Fotografen die Möglichkeit haben, Leute fest anzustellen. und auszubilden. Genau. Also das, was du durchlebt hast. Genau, das ist auch wieder so eine Lücke, also wir haben halt, genauso wie vorher mit dem analogen Fotografie, ist das eine andere Lücke, die wir festgestellt haben, auch durch unsere Beziehung, immer noch unsere ganzen Freunde, also Freunde, die wir haben aus der Werbeindustrie, die alle so ein bisschen am Jammern sind, dass da was fehlt, ne, also dass die Jungen, die anfangen, da Defizite haben, dass Jobs nicht richtig kalkuliert werden, nicht richtig vorbereitet werden, nicht richtig dann auch produziert werden, ausgeführt werden vor Ort, da haben wir gesehen, da scheint irgendwie was zu fehlen gerade und da können wir natürlich super mit unserer Erfahrung da so eine Lücke auch schließen, dass man dann eben tolle Lehre hat, so wie aus der Fotografie, als auch aus der, aus der Werbeindustrie, die dann halt gemeinsam daran arbeiten, dass die Werbe, die Werbefotografie so professionell wie möglich weiter ausgeführt werden kann. Ja, oder Editorial auch, also überhaupt, ne, also die berufsmäßige, professionelle Fotografie, an die wollen wir uns auf jeden Fall auch richten mit Weiterbildung für Leute, die vielleicht da schon angefangen haben mit, auch Anfänger, also wenn du dir vorstellst, du bist als Assistent und willst dich selbstständig machen, dann brauchst du eine gute Mappe, du brauchst ein Auftreten, du brauchst, ja, wie, musst du überhaupt wissen, wen rufe ich überhaupt an, ne, also das musst du alles irgendwo erstmal erfahren und wenn du das nicht bei dem Fotografen, bei dem du gelernt hast, wenn es den nicht mehr gibt, weil du entweder von der Schule kommst oder als freier Assi vielleicht nur gearbeitet hast, dann weißt du all diese Dinge nicht und dann brauchst du da ein Coaching und solche Dinge wollen wir anbieten, ne, und das mit wirklich Leuten aus der, aus der Industrie, die halt tatsächlich in diesem Job arbeiten und das ist der Unterschied wahrscheinlich, also was wir vorhaben zu anderen Institutionen, dass wir hauptsächlich oder nur mit Leuten arbeiten wollen, die, die was weitergeben, die tatsächlich in diesem Job auch noch arbeiten und nicht wie an manchen Hochschulen vor 30 Jahren ihr letztes Foto gemacht haben. Also wirklich. Um es mal so zu sagen, weil. An der Praxis dran. Sozusagen, genau, und darum geht's, also das direkte Vermitteln, ne, und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich eine Nachfrage ist. Also es kommen jetzt schon wirklich, also ich gebe ja auch ab und zu Workshops und da merke ich einfach, was für ein Bedarf da ist, also wie viel, ja, spezielle Fragen da dann kommen, die darauf abziehen, wenn die Leute wirklich loslegen wollen, selber professionell arbeiten wollen, was sie alles, was sie alles wissen müssen, ne. Und ich komme, ja, das können wir, glaube ich, recht gut vermitteln und im Laden kommen sowieso tausend Leute rein, die fragen, ob wir auch Workshops geben. Genau, also für die, ich sag mal, für die analogen Workshops, das dann auch wieder so, speziell, sag ich mal, es gibt ganz, ganz viele Fotowalks, Fotoworkshops, auch hier in Hamburg, ja, die halt irgendwie alles Möche anbieten. Aber auch da wollen wir versuchen, die Nische mit unserer Erfahrung, unserer Glaubwürdigkeit, die auch der Laden mit sich bringt, füllen, dass wir halt hier Workshops für, also für eben ambitionierte Amateure, für analoge Fotografie anbieten wollen, weil das machen wenige. Das gibt es auch immer mal wieder, aber wir haben halt auch unsere ganzen, unsere Mitarbeiter, die wir haben, die haben wir vor allem auch danach ausgewählt, wie gut die halt sich mit diesem ganzen Kram auskennen. Die können sich viel besser aus als ich. Ja, also ich, der kann dann, der, unser einer Mitarbeiter, der kann halt sofort runterbeten, welche Entwickler, für welchen Film und was für einen Effekt das hat und sowas und das, das, das ist natürlich großartig. Also wir bringen da halt so eine, so eine echte Glaubwürdigkeit dann mit und nicht irgendwie, wir zeigen dir jetzt mal, wie irgendwie, ja, wie man halt gut Kätzchen oder Blumen fotografiert oder sowas. Ihr habt ja eine ganze Menge Erfahrungen, die ihr auf jeden Fall hier schon mitbringt. Als ich hier für diesen Termin anrief, sagte Oliver, na klar bin ich hier, ich habe ja kein Leben, Anatol kommt wieder, ich entschließe von, ich weiß nicht, ich gehe diesmal aus Berlin, ich schließe daraus, du wirst weiterhin viel unterwegs sein und Oliver ist der Mann hier an der Front. Habe ich das richtig mitgeschnitten? Ja, also nein, es ist halt, ich fotografiere halt noch. Genau, also Anatol fotografiert erstmal noch, also das ist auch, macht er auch gerne. Ich würde sagen, das kann er auch, glaube ich, nicht aufhören. Also da ist er auch anders mit verhaftet als ich emotional. Ich fotografiere auch immer noch. Ich fotografiere noch nicht mehr für Geld. das ist so ein bisschen und, das hört sich komisch an. Das ist gut. Ich fotografiere für Geld. Nein, aber der Laden braucht natürlich, der Laden braucht natürlich auch viel mehr tägliche Aufmerksamkeit als jetzt die Galerie. Die Galerie, da haben wir auch tolle Mitarbeiterinnen, die hier sich um die Galerie kümmern, und dass Leute immer kommen können und dass denen auch hier immer alles erzählt wird, worum es hier geht. Aber das schon, also das Galerie, wie eine Galerie funktioniert, ja auch, eine Galerie funktioniert ja auch vor allem dadurch, dass Anatol eben davon auch erzählt. Ja, also nicht nur hier, sondern dann eben auch auf seinen Jobs. Ich verkaufe auch Kameras auf Jobs. Ja, genau, hat er auch schon, genau, hat er auch schon Kameras auf Jobs bekommen. Insofern ist er unser Außendienstmitarbeiter, kann man sagen. Genau, ich bin der Außendienstler. Kriege ich nicht ein Auto eigentlich? Die fallen immer so Broschüren aus der Tasche, meinst du? Ja, Aber das ist wirklich so. Ich habe schon einiges on location verkauft sozusagen. Ja. Ja, das ist halt auch, also das muss auch weiter so bleiben, weil wir müssen auch beide, was wir beide auch gelernt haben, in unseren Jobs, die wir bisher gemacht haben, man muss in der Lage sein, das zu machen, was man will. Also nicht, man gab sich dann auch nicht in so ein Konstrukt verfangen, wo man dann nur noch in so einem Hamsterrad ist und dann wieder da nicht rauskommt, weil dann, man muss schon in der Lage sein, Anatol will weiter fotografieren, muss weiter fotografieren, weil er einen inneren Antrieb hat, deswegen muss er das auch machen können und so muss das Konstrukt dann hier auch funktionieren. Ja, oder ich habe jetzt, ich bin jetzt viel im Laden und bin hier, stehe hier selber, weil ich das einfach auch gerne mag. Vielleicht, irgendwann habe ich vielleicht mal nicht mehr so viel Lust dazu, dann sehe ich zu, dass da irgendwie Leute stehen, die das genauso gut machen wie ich und mit genauso viel Überzeugung. Ist ja schon so. Ja genau, ist auch schon so. Das ist ja auch, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, das ist ja auch einer der Grundgedanken, dass es eben nicht immer nur alles von mir abhängt, ja, sondern dass ich halt auch hier, ich kann hier was aufbauen und ich bin ein Teil davon, aber ich bin auch nicht der wichtigste Teil unbedingt davon, sondern das ist halt, es muss alles zusammenlaufen und dann funktioniert das, dann kann das langfristig funktionieren. Ihr habt ja beide auch Familien, muss man sagen, das kommt ja noch dazu, du hast drei Kinder, du hast vier, glaube ich. Drei Enkelkinder. Also insofern seid ihr da, glaube ich, noch gut an anderer Stelle eingebunden. Das Ganze ist ja ein riesen Komplex Galerie, Labor, wir sitzen hier in einer kleinen Bibliothek, eigentlich gehört auch noch das Restaurant, das ihr jetzt, glaube ich, verpachten werdet, noch dazu, plus Laden, über den wir jetzt schon gesprochen haben. Also klein ist das hier ja nicht, was ihr macht und ich glaube, ihr habt auch ein bisschen in was investiert, in diese Räumlichkeiten und investiert noch. Habt ihr manchmal Schiss, dass das schief geht? Ja. Ja, schon. Ja. Ich habe, wir haben ja so, wir sind ja unter eigentlich ziemlich schlechten Voraussetzungen gestartet, also außer, dass wir total Lust darauf hatten, aber Corona, Baustelle, Winter. Corona ist eine gigantische Baustelle, die noch ewig geht, dann war das, also dann auch natürlich noch diese ganzen Neudeutsch-Learnings, die man halt auch erstmal machen muss mit so einem Laden und das hat, wir haben, den Laden wollten wir früher aufmachen, waren vielleicht auch ein bisschen zu überabitioniert, dann wollten wir die Galerie eigentlich auch sofort aufmachen, hat auch nicht hingehauen, also das ist natürlich, wir müssen dann auch, wir tasten uns da jetzt auch so ran, das ist auch manchmal, das Labor hätte auch schon längst auf sein müssen, dass da auch noch andere Sachen, das ist dann noch anders. Also da gibt es halt Probleme mit Maschinen und sowas und weil es halt alte Sachen, alte Maschinen sind, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es so, das ist auch ein ständiges sich anpassen an das, was so drumherum funktioniert und ich bin aber, habe natürlich auch immer mal wieder Schiss, also vor allem, bevor der Laden aufging, habe ich glaube ich eine Woche nicht geschlafen, weil ich immer nur gedacht habe, was machst du hier eigentlich? Ja, also du hast doch gar keine Ahnung davon. Wenn keiner kommt. Ja genau, was machst du, wenn keiner kommt? Was machst du, wenn keiner kommt? Genau. Und dann, bei der Galerie war es genauso, weil hier noch wirklich, auch noch wirklich bis Stunden vor der Galerie irgendwelche Probleme waren, Strom ging nicht, irgendwie da waren was, falsche Thema. Ja, also es war, ja genau, die falschen Lampen wurden geliefert. Durchgebrannt alles. Also genau, wir haben ja auch wirklich alles einmal mitgenommen und bei dem Labor ist es genauso. Dann denkst du, haben wir wirklich alles bedacht? Können wir hier Filme annehmen von Leuten, die irgendwie rausgegangen sind und wir haben halt den entsprechenden Respekt vor diesen Dingen, die halt wirklich sich Gedanken gemacht haben, was sie da fotografieren? Und dann geht das hier durch unsere Hände. Also ist das dann letztendlich so gut, dass wir das auch selber hier abgeben würden? Das ist so der Anspruch, den wir haben. Und beim Labor sind wir da eben noch nicht zum Beispiel. Also da sind wir dann eher so, dass wir jetzt nicht einfach aufmachen. Klar hätten wir dann wieder eine Einnahme mehr so, aber wenn wir nicht eine entsprechende Qualität liefern und die auch halten können, dann ist das so ein Wald- und Wiesenlabor, wo keiner was hingibt. Also das ist nicht, wir haben eben durch diesen Anspruch an diese Professionalität und das, was wir machen wollen, wenn wir aufmachen, wenn wir auch nur einen Film entwickeln von jemandem, dann sind wir uns ganz, ganz sicher, dass das halt absolute beste Qualität ist, die man halt liefern kann. Und das gibt natürlich dann ab und zu schlaflose Nächte. Erinnert ihr euch eigentlich an euer erstes Motiv? Also ich war, also ich fotografiere schon immer und seit ich denken kann und selber mit Labor und so seit ich 14 bin, so ich habe so viel fotografiert. Also jetzt, was meinst du, das erste, das Foto? Nee. Nee, also das könnte ich dir jetzt nicht sagen. Also es gibt immer so Lieblingsbilder, auch ganz frühe, die mir nicht aus dem Kopf rausgehen. Klar, also ich habe viel damals, ich war immer in Berlin irgendwie, meine Oma lebte da und ich habe mich dann da irgendwann angemeldet und da habe ich sehr viel fotografiert und das ist so lustig, wenn ich heute an diese Orte gehe, wie die sich alle verändert haben, so nach Mauer, da ist schon, wenn ich überlege, das ist schon fast Zeitgeschichte, was ich damals schon fotografiert habe als Kind. Es ist ja auch, das ist ja auch das selber fotografieren, ist ja, also wie man seine Bilder findet, ist ja auch immer eine Kombination aus dem Bild selbst und was wie der Moment war, als man das fotografiert hat. Also man verbindet ja, man ist ja selber überhaupt nicht neutral als Fotograf. Sich selber, also ich fand es immer irrsinnig schwer, seine eigenen Bilder zu beurteilen, weil du nicht den Abstand hast. Also das, oder beziehungsweise du Bilder auch, die du warst, also meistens ist es so, weil du halt natürlich davon überzeugt bist, was du machst und weil du halt irgendwie Spaß daran hast, was du machst und diesen Moment toll fandst, dann bist du erst mal, boah, das ist jetzt das beste Foto gewesen, was ich gemacht habe. Das war unglaublich. Als ich mein Buch gemacht habe, habe ich, glaube ich, der Frau, die das Layout gemacht hat, 800 meiner Lieblingsbilder gegeben. Ja gut, das ist dann vielleicht etwas anderes. Nein, aber was ich meine ist, was ich meine ist, dass man halt, dann, und dann guckt man ein paar Wochen später auf das Foto und dann ist man so, ja, war ganz okay. Also das hat immer so diesen Abschluss, man hat natürlich irgendwann Lieblingsfotos, also ich finde immer, es ist eher so dieser Moment, wo du so ein bisschen über dieses Imposter-Syndrom hinauskommst, also wo halt du nicht mehr das Gefühl hast, dass die Leute bloß nicht merken, dass du keine Ahnung hast, sondern dass du da irgendwann diesen Moment, wo du, was natürlich mit der Reaktion auf deine Bilder zu tun hat, wo du merkst, ach Moment, ich kann das ja. Ja, also die Leute finden das gut, was ich mache und ich kann das ja. Das ist ja, das ist ja, dann ist es so, das ist eher so dieser Moment, wo du für dich selber merkst, du bist jetzt wirklich Fotograf, ja, also dass du halt einfach dann weißt und dann ist es, dann findet echt so eine Veränderung statt, dann bist du plötzlich ruhig am Set, dann bist du plötzlich, dann hast du eine gewisse Sicherheit und dann wird deine Fotografie auch immer besser. Also es sind jetzt aber auch zwei verschiedene Sachen, also professionell zu arbeiten und letztendlich ein Layout umzusetzen oder eine Aufgabenstellung vom Kunden oder vor sich selber, also einfach, du machst eine Ausstellung und sollst da 30 Bilder hinhängen, welche nimmst du denn? Was ist denn wirklich gut? oder so, das ist der Riesenunterschied und das unterliegt eigentlich Wellen auch und neue Arbeiten, neue Fotos, auch mit Euphorie eingefärbt, können vielleicht gar nicht so lange bestehen wie andere, die gewachsen sind. Also das ist ganz unterschiedlich. Aber wie er schon sagte, es ist auch, gerade bei den persönlichen Arbeiten, ist es für einen selber natürlich auch viel, was das Drumherum, was passiert ist, welche Zeit war das für dich und die ganzen anderen Emotionen, die dann mitschwingen. Dieser Ort, er ist noch nicht so alt, wir gucken zum Schluss noch mal ganz kurz in die Glaskugel. Ihr habt ja schon angedeutet, es wird hier noch einiges passieren, es wird so ein kleines Fortbildungszentrum, es wird eine Community, ein Ort des Austausches, Treffpunkt ganz stark, es ist ganz klar auf Interaktion gelegt. Was wird in der Galerie demnächst stattfinden? Um uns herum stehen ja schon so Bilder und so. Genau, also die nächste Ausstellung, die heißt Sammeln, Collect, Sammeln, irgendwie sowas. Da geht es darum, ums Sammeln von Fotografie. Wir werden verschiedene Sammlungen zeigen, zum Teil unverkäuflich, aber zum Teil auch verkäuflich. Also das sind Positionen aus den Sammlungen, von denen sich der Sammler, die Sammlerin trennen, werden wollen, tun. und das wird sehr Ikone, also da werden richtige Ikonen der Fotografie hängen, von Helmut Newton, Irving Penn, Horst P. Horst, Norman Parkinson und vielen, vielen mehr. Auch zeitgenössische Sachen. Also das wird das genaue Gegenteil von der jetzigen Ausstellung, die ja sehr stringent, sehr konzeptionell, sehr starr, wenn man so will, auch gehängt ist. und es wird ein Tour de Beauvoir mit unterschiedlichsten Sachen zum Thema Fotografie, aber immer der Mensch im Mittelpunkt, das ist das Programm der Galerie. Der Mensch ist das zentrale Thema in allen Varianten, aber es wird ganz, ganz bunt und ganz farbenfroh, modisch, leicht, leichter. Aber an so einem Tag wie heute habe ich da total Lust drauf. Es regnet draußen, es ist kalt, es ist Hamburger Winter, es lohnt sich, glaube ich, dafür die Baustelle zu umrunden. Absolut. Am 9. Dezember ist Vernissage, 19 Uhr. Ja, genau. Und es wird halt auch so, es soll wieder so ein bisschen, ich sage mal, diese Ausstellung, die jetzt hängt, die ist halt eben konzeptionell so eng, dass das halt, das schon beeindruckend ist. Also dieses, weil es ja auch so ist, die Ausstellung erklärt sich ja ganz viel selbst durch diese irrsinnige Aufschlüsselung der Schritte, die er gegangen ist, um diese Bilder am Ende zu produzieren. Und das andere ist halt, soll halt eher den Zugang zur Fotografie und was es heißt, sich Fotografie hinzuhängen, Fotografie zu sammeln, diese Schwelle soll dann, wird dann deutlich niedriger sein. Also du hast dann nicht nur die Möglichkeit zu sehen, was so der Peak einer Fotosammlung ist, das sind dann meinetwegen eben die Sachen, die hier nicht zu verkaufen sind, die aber eben gezeigt werden können, was ja Teil des Sammelns ist. Und aber eben auch, dass man dann trotzdem vielleicht selber in das Sammeln einsteigen kann, indem man hier plötzlich die Möglichkeit hat, aus eigentlich geschlossenen Sammlungen dann doch ein Stück rauszukaufen. Und das ist ... Und vielleicht auch noch erklären, wollen wir, wenn wir es hinkriegen, jetzt Corona-bedingt, im Moment sieht es ja gerade nicht so doll aus, eine Veranstaltung zu dem Thema machen, wo jeder dieser Sammler, Sammlerin erzählt, auch über die Bilder und wie sie zu ihm oder zu ihr gefunden haben und warum und wieso. Das ist, glaube ich, für Leute, die sich mit dem Gedanken tragen, sich was zu kaufen, ganz interessant. so wie, warum andere Leute oder wie andere Leute da ticken irgendwie. Es ist, ich finde, zum Vergleich zum Laden, wir kriegen ja, wir kaufen ja alte Fotoapparate an oder Fotoausrüstung an und das ist für alle, die das verkaufen, ein emotionaler Vorgang. Und genauso ist es für die Leute, die das dann wieder kaufen, auch ein total emotionaler Vorgang, weil die jetzt vorhaben, damit was zu machen. Und so ähnlich ist es dann eben jetzt auch in dieser Ausstellung. die ganzen Sammler wissen alle den Ort, wo sie diese Bilder gekauft haben, wie das Bild zu ihnen gekommen ist. Meinetwegen kurz vor Corona, Shutdown in Hamburg in einer Galerie, wo das halt toll präsentiert war. Also das sind so die, sowas trägt man dann mit sich mit und dann irgendwann entschließt man sich, das Bild dann wieder weiterzugeben und dann entsteht die nächste Geschichte. Und so ist das, finde ich, jetzt von der Ausstellung her am engsten verknüpft mit dem, was wir im Laden eigentlich tagtäglich machen. Man kann euch über Instagram erreichen, auf jeden Fall. Das alles findet man auch in den Shownotes dieser Folge, wenn man sich das nicht alles zusammen googeln möchte, dann lässt er alles noch mal sammeln. Ich kann ja kurz die Handles auch nennen. Ad Chrome Hamburg ist Instagram und Ad Capitis Studios ist Capitis. Instagram, Facebook auch irgendwie mit dabei. Ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg und vor allem Spaß und Freude an diesem Ort. Ja. Also Dankeschön. Und werden wir haben und wie gesagt, es wird immer was Neues geben bei uns hier. Deswegen, also es lohnt sich immer vorbeizukommen. In diesem Sinne. Goodbye. Goodbye. Bye-bye. Mehr Fotografie für Hamburg. Gute Sache, oder? Kleiner Tipp, die Ausstellung Collect Sammeln in der Galerie Capitis läuft noch bis zum 2. März 2022. Das war der Podcast vom Hamburger. alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast unter www.derhamburger.info. In den Shownotes zur Folge findet ihr außerdem alle Links und Infos zu dieser Podcast und Infos zu dieser Podcast-Folge. Noch mehr Chrome findet ihr in der aktuellen Ausgabe vom Hamburger. Die Fotos stammen von Julia Schwendner, der Text von Mia. Ihr findet die Ausgabe dort, wo es feinste Magazine gibt oder auf der Homepage vom Hamburger. Und jetzt Zeit fürs Schlusswort. Danke an Anatol Kotte und Oliver Heinemann, dass sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. An Stefan Enrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt. An Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet. Und dann das gesamte Team vom Hamburger für immer neue Ideen und Storys. Und an euch fürs Zuhören. Ich sag tschüss und wir hören uns.